Bob ist ein neuer Schüler in der Klasse und er hat eine braune Hautfarbe. Bitte nehmt Bob bei euch in der Klasse auf und ärgert ihn nicht. Ja, Anne? Es klingelt zur Pause und Bob wird gemobbt. Deswegen ist er sehr traurig und geht nach Hause und zockt am Computer. Was ist denn los? Ich werde gemobbt, nur weil ich eine andere Hautfarbe habe. Daraufhin fahren sie zur Schule und reden mit dem Schulleiter. Also gut, ich werde mit der Klasse reden. Tschüss. Seit dem Gespräch wird Bob nicht mehr gemobbt.